So bin ich mit einer verwichsten Falle immer hier, haut ab ihr alle! Das ist jetzt meine Strecke hier! Verpisst euch alle hier! Oh Gott, ey. Ich nenne das Video, glaube ich, ich rasiere da Kanter. Das passt ja ganz gut. Ich rasiere dich ja noch mehr, Alter. Diesmal möchte ich bitte wieder Slumpy Slopes. Immer alle anderen Strecken gekommen. Alle hier. Das Problem ist, wenn die Spieler ganz dicht beisammen sind, dann siehst du nicht, wenn du abschießt, oder? Doch, ich seh dich! Ich kann nicht mehr, ey! Dieses Spiel, ey, wirklich. Das macht mich irre. Ich bin Vierter, aber what the fuck? Aber jetzt kriegst du auf einmal keine Blitze, wa? Ich krieg ein Schild, das kann ich natürlich wunderbar gebrauchen als Vierter. Ja, echt super. Das ist total gut, wenn ich total leidenschaftlich. Ich bin auch wenig weit zurück hier gerade. Nein, da wird's euch verarscht, ey! Vor allem, ich krieg dann so ne Falle und so ne Dreck hier, was krieg ich damit? Ja, fuck ey, was ist denn das? Ich bin nicht mit der verwichsten Falle immer hier, haut ab ihr alle! Das ist jetzt meine Strecke hier! Verpisst euch alle hier! Ja, erster Woll, geht doch! Du bist ernst, da willst du nicht rollen, alter! Äh, wie bist du vorbeigekommen? Jawoll! Eine Sekunde, rasiert, rasiert hab ich dich Hast du mich gerade erinnern? War doch da Du hast es zwar nicht verdient, aber ich hab dich trotzdem eingeladen Fun Run macht Fun, wer hätte gedacht Nee, High Robes Ist Speed Meadow, wie du Immer das, was Dark Hunter nicht drückt Okay Und los, Gator Nein, 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 nicht in den Nein, oh mein Gott Das ist total dumm, dass man sich durch die Rakete mal selber in die Luft springt Wow Jetzt hat mich irgendwer jetzt mal ein Blitz Jawohl, endlich Ich hatte das Schild zum ersten Mal, hat das scheiß Schild bezahlt gemacht Ja, komm zurück Oh, da hab ich Glück gehabt, dass ich noch gerade auf der Kante stand, als der Blitz kam Das ist aber alle haben immer ein Blitz, oder? Oh Ich war, ich kriege immer nur so eine Box oder ich kriege ein Schild Kann ich als dritter oder vierter überhaupt nichts anfangen mit der Scheiße Jetzt will da ein Schild, was will ich damit? Komm, lass mich erst noch hin Nein, nein, du musst in Ruhe, ey Geht weg Immer wenn man so eine Scheiße hat, immer wenn man es Gutes hat, dann kriegt man so eine Kacke, ey Oh Scheiße, du bist leider nicht vierter Dritter Guck mal, Fred, du bist zwei Sekunden hinter mir Ich war dritter, ja Ist doch egal, ich habe gesagt, du bist leider nicht vierter Achso Das sind jetzt alle schon für eine geile Liga, ey Ja, das ist komisch, also gut, das ist Bronze mit einem Stern, das niederst du überhaupt Das ist das, was du bei Clash of Clash macht, ist Bronze Bonus Rays Statt da bei mir LOL, alle Ketten Alter, drei Stück Vier, ich glaube, es waren sogar vier gewesen, oder hattest du keine? Doch, hat auch eins Ich glaube, jeder hat einen LOL, ich glaube, hier kommen nur Kettensägen, hier standen wir jedenfalls vom Bonus Rays Okay Jo, hier kommen nur Kettensägen Oh, ja klar, clever, ey Nein, nein, ich wäre fast cooler gewesen, ey Alter, das ist unglaublich Ich habe mich jetzt gerade zweimal erwischt Schon wieder, ey, ich erwisch dich immer komischerweise Ich habe mich selber rasiert Habe ich auch irgendwie überhaupt mal erwischt, ja, diese komische, dieser 10 oder so habe ich erwischt Und sicher total, ey Das ist echt, du kommst vor allem so schnell kannst du gar nicht reagieren Scheiß Aber ich habe ihn sowieso hier sowieso nichts reißen mit dieser Strecke jetzt Nicht? Ne Ist sehr doof Ja, wenn du jetzt einmal hinten bist, was will ich jetzt machen? Wie soll ich nach vorne kommen? Ja, eben, klar, kommst du nicht weiter vor, ist logisch Also scheiße, Bonus Rays ist für ein Arsch Ja, aber ich glaube, ich kriege Bonus Coins How much should you enjoy this game? Zero Er hat mal einen Stern gegeben Ich auch Ein Stern Der Darkies Namen trägt So, Bouncy Forest Ja, komm Brauchen wir mal Bouncy Forest Scheiße Hast du eine Säge? Ne, du Ja Dann bist du weggeflogen Ja Nein, ich habe ne No, immer wenn ich diese scheiß Rakete habe, dann kommt halt irgendwer ein Blitz, ey Das ist so lachhaft Ja, mit der Rakete ist aber nicht ganz so gut, finde ich Also, das ist halt dumm, dass man sich selber in die Luft springt Boah, wie haben wir gezielt, hat der Fred, oder? Ne, war mehr Glück, würde ich sagen Ne, ne, das war ein Ziel Ja, klar, sicher, sicher, sicher Guck mal, das ist eine Disconnecte, scheiße Das war, Leute, eine Disconnecte Ich bin nicht vierter, jawohl, sauber Oh, wow Oh, wow Tatsche Und noch ne Tatsche Komm jetzt, es gibt mir irgendwas Gutes hier Oh nein, Alter, scheiße Ja Ich habe voll eine Zielinie nachgeschossen Das hätte aber sowieso nicht mehr geschafft, ich wäre, glaube ich, an der Kante hängen geblieben Also nicht Oh man, oh man Ja, einer sagt, das ist immer langweilig, wenn nur drei Leute dabei sind Ich bin langweilig Kann Fred nur um dritter werden Ne, warte, ich will das hier spielen Ich will das hier spielen Ne, ich bin im Cannontown Aha Aha Ach verdammt Aha Bam Ja, ne, ist klar Logisch, logisch, logisch 10.000 Dinger hier So, ich bin jetzt, äh, zweiter, das heißt, ich kriege jetzt nur Scheiße und werde jetzt gleich wieder zurückgeworfen und irgendwas Dann kriegst du immer nur Scheiße Ist doch egal, welchen Platz du hast Ja, ja, stimmt, das ist egal, welcher Platz Ja, das ist ja schon wieder hinter mir der Voll zurück, ja Äh, unten ist er Ach, geh weg, ey Er hüpft so langsam, deswegen bist du auch immer so weit, weil du hüpfst relativ schlecht und dadurch kriegst du immer die guten Items Ich bin schlecht, ich bin erster, alter Ja, Siggi, Fred, Siggi, Siggi Nein, direkt in der Kanone Ja Ja So, ich bin zweiter Ach, scheiße, ey Ey, ich bin zweiter, John, cool Läuft Eins, aber wie gesagt, eins können wir noch, ne? Dann muss ich erst mal mich erholen, hier, von dem Stress Stress? Ah, letzte Rennen hier, letzte Rennen, letzte Chance Das Rennen anscheinend überhaupt gar nichts Ja, wenn ich sag mal, bevor das jetzt hier untergeht Wenn noch mal, wenn jemand uns adden will, ihr seht ja die Namen die ganze Zeit hier drin stehen Ja, aber du hast da auch eigentlich genug Freunde hier in der Liste drin, nur irgendwie war da keiner online Das ist nicht Ich glaub nicht, dass es dein Name ist, wo du dich, äh, wo die Leute dich adden können Doch, ich hab dich doch letztendlich auch unter Darky Ich hab nur Darky eingeben, glaub ich, da hab ich dich so gehabt Na denn Ja, irgendwie muss man die Leute doch adden können Ja, bei den Raut haben noch hinter, ne Player-ID Weißt? Ja, aber die hab ich ja nicht, auch nicht Also die sieht man zumindest, ich selber bei mir nicht Ich habe Komisch Sicher Ja Hallgenau, lauf ich direkt da rein in die Scheiße, ey Los, richtig, komm Fred, hier Ne, leider nicht Ja, ich bin ja vierter und krieg auch noch einen Blitz ab, so muss das sein, ey Du hast gar keinen Blitz abbekommen, jetzt, ich verarsche, ey Doch, hab ich Leiderst du nicht Doch Ja, ich hab ein Schild, ihr dummen Wichser, ey Genau, schieß auch noch den vierten ab Ja, ihr seid ja noch gar nie im Ziel, was ist denn los? Ne, kurz davor Warum hat denn der Blitz jetzt nicht bitte nicht getroffen, ja? Kannst du das mal klären? Na, Alter, ohne Scheiß Erster! Ja 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 Ich hab das der Zeit gewonnen Lacker Einfach nur Lacker Mehr sag ich dazu nicht Zwei Sekunden zur Dark Hunter Ja, wie gesagt, wenn ihr uns enden wollt, dein Name steht da Oder? Wo stand der denn? Du bist so doof Seht man irgendwo, wo mein Name steht? Ja Wo? Das hast du nicht gefragt Mir steht auf jeden Fall Darkie und, keine Ahnung, ich könnte ihm jetzt auch eine schöne Nachricht schreiben Ah ne, ich könnte bei ihm jetzt spielen Lass mal, sonst block ich dich Ja, würde ich sagen, Leute, wenn dir gefallen hat, lass mal einen Daumen oben da und ihr seht unseren Namen da und Dann Bis zum nächsten Mal, Leute, macht's gut, tschau!